Hey Leute und herzlich Willkommen zurück zu Javascript heute geht es weiter mit Funktionen beziehungsweise eigentlich nicht so direkt mit Funktionen Sondern ihr könnt natürlich jetzt auch Skripts auslagern ihr habt davor immer alles hier auf einen Flecken gepackt Jetzt können wir die ganzen Funktionen mal woanders hinpacken Das ist sehr praktisch denn dann wird aufgeräumter und ihr wollt natürlich nicht wenn ihr irgendwie Irgendwo oben die Fakultät berechnet habt dann wollt ihr die Fakultät nicht oder die Funktion dafür nicht schon wieder irgendwo hinschreiben Zum Beispiel wenn wir das hier reinschreiben oder sowas ihr könnt also eure Skripts auslagern und zum Beispiel auf mehreren Webseiten benutzen Und das möchte ich euch jetzt gerade mal zeigen es gibt mehrere Möglichkeiten erst mal können wir hier oben unser Skript reinschreiben Also wir sagen hier Skript drin im Head Und da rein können wir jetzt die Funktion packen und dann bleibt der Teil hier unten sehr sehr schön schlank Und die Funktion die eigentlich aufgerufen wird diese Fakultät Funktion die steckt hier oben im Head Und diese Funktion kann dann aber hier unten aufgerufen werden beziehungsweise auch mehrmals aufgerufen werden zum Beispiel hier drinnen oder Hier irgendwo oder eben hier unten wo wir sie jetzt gerade haben sehr cool das ganze Und so könnt ihr natürlich eure Skripte ein bisschen ordnen dass ihr hier oben einfach die ganzen Funktionen definiert Und dann später ab dem Body nur noch wirklich die Funktion aufruft die ihr dann tatsächlich braucht Wenn wir das jetzt mal uns angucken funktioniert immer noch super und wunderbar schnell und alles funktioniert genau gleich wie vorher Viele von euch werden jetzt aber wahrscheinlich sogar so weit gehen dass sie das Skript extern haben wollen Das heißt ihr wollt da wahrscheinlich nicht mehr irgendwie irgendwas stehen haben sondern nur noch solche Aufrufe hier die dann wirklich für diese spezielle Webseite sind Und den Rest packt ihr in eine Datei in eine js javascript Datei Und ja wie gesagt nur noch das was dringend nötig in dem html Code sein muss das wird dann darüber gemacht Das machen wir indem ich hier einfach eine neue Datei erstellen neue Datei Und jetzt nennen wir die ganzen dinge einfach Skripts.javascript also js ist eure Endung die ihr braucht Dann einfach auf speichern gehen und jetzt habt ihr hier eine neue javascript Datei Und ich kann hier unten einfach hin und her switchen im prinzip ist es auch mit einem text editor Editierbar und alles und hier könnt ihr jetzt Eure funktion reinpacken das heißt wir kopieren uns diese funktion hier raus Und wie gesagt da das sind dann wirklich bibliotheken an funktionen also Bibliotheken nennt man es wenn es sehr sehr viele funktionen drin stehen da steht es dann normalerweise nicht nur eine funktion dieser javascript datei drin Sondern wirklich haufenweise funktionen alle die ihr im prinzip jemals benutzen wollt oder sowas und hier kommt dann einfach nur noch Euer aufruf rein das war es dann auch schon so dass eure javascript datei also die speichern wir jetzt und ihr seht Hier steht jetzt nichts mehr in die richtung aber jetzt müssen wir noch irgendwie verlinken dass wir dieses skript also diese script punkt javascript datei Benutzen wollen und deswegen sagen wir hier Wir wollen angeben eine source also eine quelle wo unsere javascript datei liegt Und das machen wir indem ich einfach src gleich und dann den pfad angeben also der pfad wäre in unserem fall einfach scripts Punkt j es so wenn wir das jetzt speichern dann wird hier automatisch Das ganze skript eingebunden das heißt es ist als hättet ihr eure javascript datei die hier einfach hier rein kopiert zwischen diese teile Ja sehr praktisch kann man auch durchaus mal machen und ihr könnt es dann auch ordnen irgendwie also in mehrere javascript dateien einfach jedes mal die SRC neu angeben so viele javascript dateien einhängen wie ihr wollt und dann irgendwie logisch sortieren wie es gerade braucht zum beispiel das eine ist für euer layout zuständig das andere ist für eure keine ahnung berechnung zuständig und so weiter und so fort und auf die funktion habt ihr immer noch super zugriff Nämlich ganz normal wie immer gewohnt also als hättet ihr die funktion hier in eurem ganz normalen skript definiert Sehr praktisch wie gesagt und deswegen würde ich euch das auf jeden fall Empfehlen also auslagern gut dann warst es von meiner seite heute auch schon wieder Und ich hoffe es hat euch gefallen ihr könnt damit was anfangen und wir hören uns beim nächsten mal bis dann ciao